Mark Stenderer 10. Dezember 1995 im Kassel, ist ein deutscher Fußballspieler. Der offensive Mittelfeldspieler steht bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag. Karriere Vereine Stenderer begann mit dem Fußball in der Jugend des TSV Heiligenrode und ging später zu Osk-Fellmar. 2010 zog es ihn in das Nachwuchsleistungszentrum von Eintracht Frankfurt. Dort vertrat er die Eintracht und andere in der B&A Junioren Bundesliga. Seit der Saison 2012-13 nahm Stenderer am Training der ersten Mannschaft teil. Ende Oktober 2012 verlängerte er seinen Vertrag, der an seinem 18. Geburtstag zu einem Profivertrag wurde, bis zum 30. Juni 2015. Am 6. April 2013, 28. Spieltag, kam er bei der 0-1-Niederlage im Heimspiel gegen den FC Bayern München zu seinem Bundesliga-Debüt. Zu diesem Zeitpunkt war Stenderer 17 Jahre, drei Monate und 27 Tage alt und ist damit der fünftjüngste Bundesliga-Profi aller Zeiten. Am 30. Spieltag der Spielzeit 2012-13 stand er am 20. April 2013 beim 1-0-Sieg im Heimspiel gegen den FC Schalke 04 erstmals in der Startelf und bereitete das Siegtor vor. Am 13. Juli 2013 zog sich Stenderer in der Saisonvorbereitung bei einem Testspiel in Frankfurt höchst gegen den Vfra in einem Kreuzbandriss im rechten Knie zu und musste danach fast bis zum Ende der Saisons pausieren. Seinen ersten Treffer in der Bundesliga erzielte er am 22. November 2014 beim 3-1-Sieg bei Borussia Mönchengladbach. In der Saison 2014-15 stand Stenderer für Eintracht Frankfurt 20 Mal in der Startformation, wurde 25 Mal eingesetzt und erzielte drei Tore. Am 24. Oktober 2015 erzielte Stenderer beim 2-1-Auswärts-Sieg gegen Hannover 96 erstmals in seiner Karriere zwei Tore in einem Bundesligaspiel. Im Mai 2018 gewann er mit der Eintracht nach einem 3-1-Finalsieg gegen den FC Bayern München in der FB-Pokal. Im August 2018 wurde Stenderer vom neuen Trainer Adi Hütter mit sechs weiteren Spielern aus dem Kader gestrichen und in eine separate Trainingsgruppe versetzt. Anfang September 2018 wurde er gemeinsam mit den übrigen vier Spielern, die bis zum Ende der Transferperiode keinen neuen Verein gefunden hatten, wieder in das Mannschaftstraining integriert. Nationalmannschaft Auf internationaler Ebene durchlief Stenderer die U-17, U-18 und U-19-Nachwuchsmannschaften des DFB und nahm im Zuge dessen an der U-17-Europameisterschaft 2012 in Slowenien teil. Dort erreichte er mit der Mannschaft das Finale, verlor jedoch mit 4 zu 5 im Elfmeterschießen gegen die Auswahl der Niederlande. 2013 debütierte Stenderer in der deutschen U-19-Auswahl. Mit ihr wurde er am 31. Juli 2014 durch ein 1 zu 0 im Finale gegen Portugal in Budapest U-19-Europameister. 2014 und 2015 war Stenderer Spieler der U-20-Nationalmannschaft. Im Mai 2015 wurde er in den Kader für die U-20-Weltmeisterschaft in Neuseeland.